Es kommt einfach ein Kieb noch, wenn Sie den Kieb hören, wenn Sie einigermaßen eine gesunde Reaktion haben, dann drücken Sie einfach mal auf, möchte ich hier mal machen. Der Herrlohn. Ja, kommen Sie mal her. Also hier hoch auf die Bühne, riesen Applaus. Jetzt sagt er noch guten Abend. Nachher sagt er dann gute Nacht. Also, haben Sie schon mal eine Fernbedienung in der Hand gehabt? Und hier müssen Sie nur bei dem Bluttern einen Knopf, also da wo steht Stopp oder so nicht, sondern einfach hier diesen grünen Knopf drüber. Damit ich Sie sehe, kommen Sie mal hier rüber. So, da ist ein schlauses Grätsamtrum. Das heißt nicht, dass Sie hier begraben werden. Können Sie mal testen? Können Sie mal auf mich ziehen? Au, ich würde einen Herzschritt machen, Sie müssen die Frequenz ändern. Also, jetzt haben wir das. Aber normal bin ich Profi genug, aber wenn jetzt noch ein Laie daneben steht... Ich hoffe, das ist die einzige Körperstelle, die so feucht ist. Ich hoffe, das ist die einzige Körperstelle, die so feucht ist. Meine Damen und Herren, das ist nicht die Judge Führer, das täuscht. Es ist der vollautomatisierte Organist GTX 2010 XL oder wer auch liebevoll von uns kennengelernt wird. George, der Cyber-Organ-Player. George wird dabei per Funk-Fernbedienung durch diesen Gast aus dem Publikum gesteuert. Bitte einen Applaus. Das Kommando zum Absenden der Befehle erhält unser Humana-Transmitter mittels Peak-Tone. Er tönt dieses Signal, drückt unser Gast die entsprechende Taste. Wir haben die herkömmlichen Einstellungen wie Play, Pause, Play. Wir haben ein Vodium-Kantor eingebaut. Für die Untermalung bei Dinner-Partys oder ein ganzes Stück lauter, für die etwas hoher Geschehen unter uns. Sehr praktisch ist auch die Mute-Funktion. Und Stopp. Und Play. Musik Sehen Sie mich nicht in der richtigen Stimmung. Gefällt Ihnen G-Molle nicht? Wie wäre es dann mit C-Molle? Ist Ihnen Molle einfach zu traurig? Wie wäre es dann mit B-Molle? Und ein Dachstuhl. Und ein Dachstuhl. Und ein Molle. Und ein Duhl. Und ein Molle. Wir haben auch einen langsamen Rücklauf eingebaut. Einen schnellen Vorlauf. Und ein Ultraspeed-Vorlauf. Wie Sie nicht auch den klassischen Wärmenklang der Schallplatte. Oder doch über den Rausch und fehlerfreien Klang der Zivilen. Zu guter Letzt haben wir auch die verschiedenen Qualitätseinstellungen. Einstellung 1. Der schlechte Organist. Und ein Teil der Schüchterne Organist. Einstellung 2. Der schüchterne Organist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einstellung 3, der asiatische Organismus. Einstellung 4, der Schwulenorganisation. Einstellung 4, der Schwulenorganisation. Und er braucht uns einfach die Default-Einstellung der echten George Floyd. Einstellung 4, der Schwulenorganisation. Einstellung 4, der Schwulenorganisation.